Hallöchen, Popöchen, zurück bei Minecraft. Ja, ich befinde mich gerade hier bei Sanvira, hieß das glaube ich. Bin hier alleine. Aber unser guter Shade ist auch mit wieder von der Partie. Genau. Wie er sich gerade hertelekutiert hat, hat man ja überhaupt nicht gesehen. So, ich sehe... Was ist denn hier? Was ist denn hier? Was ist denn hier in deinem Deko? Ja, wir haben heute schon mal ein bisschen rumgezockt, ein bisschen vorbereitet. Ich habe ja gesagt, ich tue ja von Sanvira direkt bis Kandor einen Weg bauen. Und das habe ich hiermit begonnen. Vorbereitet. Die ganze Zeit den Weg ausgeschachtet. Ja, und teilweise schon gesetzt mit. So, aber wir machen es uns natürlich wirklich ein bisschen einfacher. Indem wir T slash Replace. Null für Nichts und Dizen für Kies machen. Und zack. Haben wir hier mal die Bude aufgefüllt. So schnell kann es gehen. So, ich befinde mich aber auch noch im falschen Modus. Ja. So schnell habe ich hier etwas vergessen. Ja, sehr klar. So, und dann wieder hier hinter. Und dann muss ich noch ein paar Brücken bauen und dann bin ich nämlich mit dem Weg fertig. Weißt du da was? Hm, ich fixe mal ja noch die Stellen, was? Kannst du machen. Zack. Ich hoffe, ich bin jetzt auf Innerebene geblieben. Ja. Das war etwas zu viel. Was zu viel. Ach, da drüben gerade. Ja, dafür bist du jetzt da. Toll. Mach immer was. Du willst ja sowieso gerade mehr an dem Haus weitermachen, also von daher. So, und dann das hier noch. Ja, ich versuche mal was anderes machen, als an dem Haus zu bauen. Diese Mega Bäckerei. Hm, die zeigen wir euch natürlich dann nachher noch. So ist es nicht. Boah, was zumindest mal werden soll. So, hier können wir mal lang fliegen. Man könnte wohl sagen, was das ursprünglich mal werden sollte. Was soll das denn eigentlich ursprünglich werden? Das wisst ja selbst ich noch nicht mehr. Ja, das sollte eigentlich schon begreift werden, aber ich... Das ist wieder mal ein bisschen ausgeartet. Hm. Wenn das heißt immer mal wieder ausgeartet, dann wisst man, um was es geht. Hupalader, hab ich mich wohl übernommen. Was hab ich denn da so geschissen gemacht? Das ist ja... Hm. Ich glaube, ich war für uns dann doch nie ganz so weiter Sache, hab ich das hier gemacht. Du hast wie in Trunks nur öfter an der Maus rumgehemmert. Stimmt gar nicht. Nee. Ach, du wolltest wohl hier noch die Wegplatten hinmachen? Ja, da kommen noch hier solche Pläten ran. Hab schon auf der Ahrenseite vergessen. Nee, du wusstest das ja jetzt nicht. Nee. Zack, 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 zack. So, dann machen wir das auch mal so. So, dann machen wir das auch mal so. Zack, 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 zack. Das ist ja doof. 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 Das geht ja nicht ganz auf in deinem Plan. Hä? Das geht ja nicht so richtig auf in deinem Plan. Ja, nee. Ich hab das nicht gedacht dort. Das musst du halt noch ein Stück vorziehen da unten. Kannst du das machen. Das musst du aber ewig weit vorziehen. Nee. Mach. Jetzt wird da mit Queen am Rand nochmal abgesteckt. Das geht dann schon. Abgesteckt. Zack, zack. So, zack, zack. Und. Ich hab auch keiner mehr. Krieg ich jetzt mal das Rische? Danke. So, nee. Das bleibt. Das bleibt. Und das muss man zugemacht werden. So. War nichts zu irgendwo zu? So. Plum, 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 plum. Huch. Plum, 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 plum. Das sieht scheiße aus. Und das hier auch. Zack. So. Dann mach das hier. Und das hier wieder hin. Und das sieht gut. Ganz gut. Das sieht schick aus. Das sieht gut aus. Das sieht jetzt hier. Das sieht gut aus. Ich konnte soviel abbrauchen müssen von dem Partner. Nö. Eigentlich nicht. Ich weiß doch nicht wieviel ihr abgetragen hast. Naja. So wie das jetzt hier vorkam. War eigentlich auch schon da. So. Dann mach das hier. So. Hier kommt eine Brücke hin. Stein. Holz. Die geht mal. Die geht aber recht schräg dann, ne? Nene. Das hier ziehs noch ein bisschen vor. So. Natürlich müssen wir auch den Unterkonten bearbeiten. Jetzt sind hier ja keine Frischer. Achso. Eigentlich schon. Ich kann mich ja mal in so eine Holzbrücke probieren. So will ich eine halbe Hängebrücke oder so? Nö. Wie du das gerne möchtest. Wenn du die Brücke machen möchtest, dann mache. Ja. Ja. Ich schraub mich jetzt mal hier dran. Muss halt bloß bis zu dem Weg hier vorkommen. Wie ist das denn mal dabei? Was will ich hier machen? Klopp. Da hängt es schon rein. Eher so eine Stegbrücke. Das ist ja hier eher so... So Sumpfgebiet. Wir sind hier hinten im Sumpfdschungelgebiet. Machen wir so eine Art Steg, oder? Weg. Weg. Ja. Weg. Hier ist mein Skrinsack hier und der Fresse hängt. Äh, im Gesicht hängt. Entschuldige. Oh ja, okay. Haha. So, dann hätten wir hier Brücke Nummer 2. Zack, Zack. Mähähähähähäh, mähähähähähäh. Hier um auch. Bitte liefert mich nicht ein. Zack, schschschschschsch. Wo geht es denn, geht jetzt lang. Und dann geht das schwuppdi fuppidi doop da rüber. Ich habe so ein Gefühl, dass ich mich übernommen habe. Wieso mit dem Weg? Hm. Ja, also da wird fatsch. Hier muss ich mit der Sand hinklatschen, weil sonst sieht es zu doof aus. Aber mit dem was wir da gerade vorhaben, also eine Art Adventure Map in die Richtung. Ja, bleibt mir aus. Muss sowas auch mit dran. Muss die Schauplätze schon irgendwie verbinden. Ich sag, du musst die Schauplätze schon irgendwie verbinden. Ne, klar. Das stimmt nicht nur. Ja, das ist halt Minecraft, da ist alles ein bisschen eckig. Ich schau dir an das aus, also kann ich auch ein bisschen hermachen. Und da hin. So, es wird schon wieder dunkel. Ich mache wieder Tag. So, wir haben jetzt ein Kind hier noch im Zaun, oder? Oh... So, diese falsche Taste. Sooo... Sieht man das eigentlich, wenn ich will das reinziehen? Was? Sieht man das eigentlich, ja, ne? Weiß ich nicht. Ich bin ja gerade wieder auf dem Rückweg und setz die Platten. Ach, du hast ja den Chat mit an, ne? Ich hab den Chat mit an? Hast du den Chat nicht an? Ich hab den Chat an. Siehst du, was ich mir gerade aus der Box geholt hab? Nee, das sieht man nicht. Okay. Weil ich das abgeschalten hab. Muss ja jeder, die wissen, dass ich mir nicht cheater. Weil mich hätte mal interessiert, ob man das sieht oder so. Pass auf, oder? Wenn ich mir da was reinhole, was? Pass auf. Wenn ich mir jetzt was hole, nehmen wir mal hier die Fackeln. Zack. Hm? Schon nichts gesehen. Siehst du? Aber meins siehst du, oder was? Nö, das sehe ich ohne. So. Also das ist ja Server-Einstellung, technisch. Genau. Das ist so eingestellt, dass nur du das siehst, wenn du dir was rausnässt. Cool. Yeah. Und zack. Ich will ja was gewill, diesen großen Zaun zu nehmen. Das Mauerstück. Ach, jetzt kommt da hinten noch so ein scheiß Abschnitt mit dem Berg. Das habe ich da auch nie bedacht. Hups, da hört sich wohl das. Da kann man natürlich nur so weit runtergehen. Und ich glaube, hier habe ich schon dran gedacht, mit den Platten. Wird heute mal wieder eine etwas langwierige Erfolge in dem Sinne. Ja, du hast dich schon ganz gut vorgebaut. Ja. Ja. Warte. Wie lange waren wir jetzt dran? Vier, vier, vier Stunden. Ja, du. Also ich habe ja in der Zwischenzeit das andere noch völlig geschlossen. Aber versucht noch fertigzustellen. Ja. 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 So, das war dann so eine extra Idee. So. So. Äh, da brauchen wir mal die Holzlachst. So, zack. So, zack. Hö 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 Hö. Überhaupt nicht meiner Maus. Gerinfügig. Gerinfügig, ja. ohnehin drehen sonst sind solche noch ein schild aufstellen bei der wüste bitte mit wasser mitnehmen Prozent hier uns wo die Jungen die Wüste so komplett durchgeht können ausmachen zumal mitten im Sand in Kieswegen in der Wüste verläuft ja und der ist ja gemacht worden was ist denn da das Problem warst du schonmal in Dubai? nö da haben sie auch Kies aufgeschüttet für ihre süßen Straßen hessch nicht, keine Ahnung hm ich glaube ich mache jetzt hier kein Fehler oh mein Gott ich habe einen Fehler gemacht ja definitiv Slash Undo denn wie wir wissen macht Undo alles wieder rückgängig außer das hier das ist ja Kies ich würde aber gerne mal wissen wer meine Mühle da weggerissen hat ich habe es heute noch nicht ausfinden können nach der IT zu gucken es wurmt mich irgendwie immer noch so ja damit könnte ich leider nicht die die ich will es wenn du das könntest dann wirst du es mir gestern gleich sagen können so war mir nämlich schön überrascht gestern so mir nicht's dir nicht's einfach mal kurz gucken wie's in Kandor aussieht und ta taaa fehlt was hat irgendeine Sau meine Mühle weggerissen die Ruine davon zumindestens mit irgendeinem was war das Kohle doch nicht ob sie da ein Block hingesetzt ja noch mit den Pferden namens wie hieß es Peter ne Felix glaube ich oder Felix ja Felix hieß das Pferd also auf Hinweise des Täters was eine Belohnung ist ausgesetzt äh was war das hier für eine Währung die wir eingeführt hatten Währung? na hier unsere Währung warte mal wie viel hab ich denn überhaupt bevor ich hier Kopfgeld aussende Euro 3,8 Mio ja wer mir sagen kann wer die Sau war kriegt von mir ne Mühle ne Mühle kriegt er ich will wissen wer der Arsch ist Leute ne Mühle das ist ja hm komm das ist schon mal der Dracht Nacht ne Mühle ist angemessen für so nen Fauxpas warte was denkst du hm das ist ja das ist ja das geht ja gar nicht das ist ja immer einfach so erlaubt ich denke ich auch hier rüberziehen kann ich der katastrophe der Server Admin ist nicht so verständig hoffentlich ist es der gewesen den schon aus der Lustig gekickt hab ja da ist aber der Knallhauer ne ja es geht gar nicht, es gibt Regeln und die müssen eingehalten werden das ist wohlbar kannst du ohne den Blitzerfoto machen und danach den Blitzer zerschrotten das ist was da passiert Film sauber gibt's Regeln, das ist richtig das ist wie überall, ne? ja, das ist doch kannst du okay Blitzer machen und danach den Apparat erst mal zertreschen weil du das Geld nicht zahlen wirst naja, das kann man schon aber man muss mir die Konsequenzen nehmen eben so, hier gehen wir lang da gehen wir lang, da gehen wir rein